hallöchen leute hier ist euch Sachsen und willkommen mal mein neues Video besser zu sagen mein neuer Vlog in dieses Jahr und Aufnahme ja ich wünsche euch alles Gute zum neues Jahr sorry dass ich mich so spät besser später als überhaupt nicht weil erster Tag wollte mich ausruhen weil nach der Silvester war ich so fix und fertig cut an und wollte nix machen einfach ausruhen ersten zweiten war nicht geschafft weil ich habe sehr lange geschlafen und dann musste ich arbeiten bis spät abends ja und dann melde ich mich am dritten Januar heute Sonntag und ja ich wünsche euch alles Gute in diesem Jahr ich hoffe eure Zukunft wird so erfolgreich wie ihr wünscht wenn ich nicht schlimmer werden wieder schlimmer als ihr geplant ist KG ja aber ich wünsche euch alles Gute und ja ich hoffe das bleibt ihr mir treu und ja wenn ihr habt irgendwelche Themas welche ich soll oder welche soll ich überreden über Webcam oder irgendwas dann schreibt mir in die Kommentare einfach irgendwas was und ja was ist noch wollt ihr euch fragen was findet ihr wenn ich werde live ab der Nicht-Hitbox habe ich anfangs gedacht Hitbox ist besser aber nicht so finde ich glaube jetzt finde ich mehr Twitch ist besser also ihr das ändern schnell alles auf der Twitch und was findet ihr wenn ich werde auf Livestream let's playen und ich werde eure Themas sagen pipapo das wird nicht so längst weil das könnt ihr ja live mit sehen aber wann das wird am meisten wird das Sonntag und wird immer Video machen wann das kommt und wenn ihr Bock habt und wenn ihr Bock habt drauf weil manchmal habe ich keinen Bock auf das Film aber vielleicht nicht ich will schauen wie das wird ich will euch ja das was was wollt ihr naja so in den Kommentaren sagen ob ja das ist coole Idee nein lass diesen Scheiß weg wenn ich das nicht sehen wie du scheiß let's playst du so scheiße bist du doch oder sowas ähnliches so also ja das war's von mir seid aus und ja wir sehen uns im nächsten Video Tschüssi